Ich grüße euch da draußen, ich bin der Florian, ich habe zwei Kids zu Hause und ich möchte, dass die einfach eine bessere Zukunft haben. Die Aussichten sind sehr, sehr düster und deswegen engagiere ich mich für die Gemeinwohllobby und für die verfassungsgebende Versammlung. Das ist eine schöne Lärm, ich habe zwei Kids zu Hause, ich habe zwei Frauen, ich empfie mich.